Hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal, ja, wie heißt die? Milchschokolade. Ist das richtig ausgesprochen? Weiß ich nicht. Eigentlich auch egal. Die kommt auf jeden Fall von Marabu. Marabu. So, und das ist eine Vollmilchschokolade. Und diese Vollmilchschokolade habe ich vom Kaufland. Und sie hat gekostet 1,25 Euro. So, und die wollten wir jetzt mal testen. Das sind hier solche Schokorollen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kenne sie schon. Ich habe die schon mal gehabt. So sehen diese kleinen Linsen aus. Schokolinsen. Das ist also komplett aus Schokolade. Ja. Und diese Schokolade, die ist einfach nur herrlich. Das ist, ja, eine süße, Vollmilchschokolade, die so eine Art, ja, Karamellbeigeschmack mal hat, sage ich mal. Es ist also nur, in Anführungsstrichen, eine Vollmilchschokolade, die aber, ja, so ein bisschen Karamellartig schmeckt. Kann man bald sagen. Und mir schmeckt die sehr, sehr, sehr lecker. Und ich kann die eigentlich auch nur weiterempfehlen. Weil ich habe die schon des Öfteren mal gehabt. Und, ja, die hat so einen Suchtfaktor. Da muss man aufpassen, auch jetzt wieder. Ich mache hier mal ganz, ganz schnell die Rolle wieder zu. Weil nämlich ruckzuck geht es brrrt und dann ist die Rolle weg. Da muss man ganz gewaltig aufpassen. Also die schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Ja, okay, das war jetzt dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat mal wieder gefallen. Es war auch hoffentlich nicht zu kurz für euch. Es kommen auch wieder längere Videos. Bloß ab und zu müssen auch mal solche kurzen Videos sein. So, das war also dieses Video. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.